Hallo ihr Lieben und Willkommen zum Halbmond-Orackel. Wir haben Halbmond in den Zwillingen im Lennomer dargestellt durch die Fische. Die Fische stehen für mich immer für die Tiefe, für die Tiefe der Emotion, für die Seelenverbindung, für die Seelenebene, für die Dinge, die in die Tiefe gehen. Wir befinden uns ja im Fische-Neumond, das heißt die Lernaufgaben des Seelenwegs, wie wir es auch schon im Wochenorakel mit dem letzten Wochenorakel vom letzten Sonntag angezeigt bekommen haben mit dem Feld der Akasha-Chronik. Wer in seine Akasha-Chronik gucken möchte, fall nach unten, habt ihr ein Erklärvideo und das Eintrittsgebet in die Akasha-Chronik. Diese Lernaufgaben auf Seelenebene, der Seelenplan, der Seelenweg, darf jetzt im Zwillings-Halbmond, das andere Gesicht der Zwilling, der Twin, werden die übertragen, je nachdem bei welchem Stand ihr seid. Und auch die, ist ja logisch, Mondenergien sind immer für alle da, gucken ihren Lernaufgaben mitten ins Gesicht. Das Ganze soll zu einem Vollmond in der Jungfrau gehen, sich also Erden setzen, Wurzeln sollen auf dieser Ebene wachsen. Wir haben heute Frühlingsanfang, dadurch darf auf der Gefühlsebene etwas aufblühen und Heilung kann dadurch geschehen. Wir haben uns lange mit euch und euren Lernaufgaben beschäftigt. Ja, letzte Woche zum Neumond in den Fischen haben wir das erste Mal wieder aufs Gegenüber gelegt und auch nur aufs Gegenüber. Und die Energien setzen sich gerade schnell, ja. Also wer mich schon länger verfolgt, weiß, mein Hauptaugenmerk liegt auf euren Lernaufgaben, ja. Ich bin nicht die Beraterin, die immer sagt, ach, wir gucken nur aufs Gegenüber, wir gucken nur aufs Gegenüber und vor unserer Tür, da kehren wir nicht, ne. Aber es sind durch diese Energien, gerade derart schnelle Entwicklungen, ne, Frühlingsanfang, alles blöd auf, dass wir tatsächlich heute wieder nur aufs Gegenüber gucken. Ja, ich war auch ganz fasziniert. Und dementsprechend ist auch die Kartenauswahl, ja. Es geht mit dem Telema-Tarot, Telema-Energien, ne, Energieübertragung, ja, nehmen wir mit. Dann die Erzengel, das Erzengel-Orakel, Seelenpartner, ne, göttlich geführt, nehmen wir mit. Und dann, hier, das Herzensbewusstsein, ne, wir nehmen wieder, wie wir es schon im letzten Mond-Orakel gemacht haben, und das kommt bei mir auch äußerst selten vor, das heißt, das ist nochmal eine Bestätigung für mich, ne, die Claire-Story-Cards nehmen wir nochmal, was mir nochmal zeigt, ja, hier, das Tiefenbewusstsein, die tiefen Gefühle, die aufblühen, ne, Herzensbewusstsein, Herzheilung. Ja, die Zeichen stehen einfach alle auf Neuanfang, was auch am rückläufigen Merkur liegt, ja, weil der rückläufige Merkur einfach Erinnerungen wieder hochholt, Gefühle wieder hochholt. Vergleiche wird mir ja auch gegeben, ja, Vergleiche möglich macht. Okay, und an Unterstützung bekommen wir noch, vielleicht hat das ja tatsächlich der ein oder andere von euch gesehen. Freitag hatten wir ja das totale Himmelsphänomen, ja, ich bin echt immer noch begeistert davon. Wir haben ja heute neben dem Frühlingsanfang auch noch den Tag der Venus. Und die Venus, das muss ich euch zeigen, das Bild, hat am Freitag, hier seht ihr das, den Mond geküsst. Hat das wer von euch beobachten können? Total toll. Die Venus ist jetzt Abendstern, ja, das heißt, sie ist abendlich direkt am Mond zu sehen, ja, falls ihr mal gucken wollt. Und ist in den Stier, ne, sie zieht noch in den Stier. Sie ist dabei, in den Stier zu ziehen, ja, sie zieht Donnerstag in den Stier. Donnerstag haben wir gleichzeitig Gedenktag der Isis. Und ihr wisst ja, Isis steht für Tod und Wiedergeburt, ne. Loslassen der Vergangenheit, habt ihr ja auch eine Meditation in der Infobox zu, ne. Reinwaschen von der Vergangenheit, damit neues Frühlingsanfang, ne. Neues entstehen kann, neues aufblühen kann, ja. Und die Venus im Stier, hier, zeigt auch genau das an, ne. Die Venus, das göttlich-weibliche, der Stier im Lenormand, der Ring, ja. Zum einen bedeutet das natürlich, dass es um eure Bindungen geht. Also kein Wunder, ne, das ist ja auch doppelt angezeigt sozusagen, ne. Kein Wunder also, dass wir nochmal ins Gegenüber gehen. Und dann sieht man bei dem Lenormand-Deck aber auch so schön, wie ihr euch von Wiederholungen, und genau das war ja die Prüfung sozusagen, ja. Die Lernaufgabe, ne, wie ihr euch von Wiederholungen wegdreht. Und genau das war das, was wir ja in den letzten Wochen erarbeitet haben, ne. Tatsachen und Fakten ins Auge sehen, ja. Mit Wahrheiten arbeiten. Tatsache ist, und das hat mir nicht gut getan. Und deswegen verlasse ich die Situation, so wie sie ist, da. So ein Knaller, ne. Aber dazu, die bleibt vier Wochen im Stier. Ne, wieder, ne. Bis Ostera, bis zur Wiederauferstehung. Ne, und deswegen habe ich euch dazu wieder ein extra Orakel gedreht, ne. Venus im Stier, findet ihr in der Infobox. Das ist schon wieder Knaller, oder? Ja. So, jetzt gucken wir uns aber, wir sind im Halbmund-Orakel. Ja, wir gucken uns an. Wie stehen eure Gegenüber gerade zu euch? Was wird in dieser Mondphase der nächste Schritt sein? Was blockiert noch? Und was ist der Wunsch an euch? Und da es eine energetische Übertragung ist, ist der Wunsch an euch, der Stapel, auch am dicksten ausgefallen, ne. Die Bitte an euch, ich bin gespannt, dass mir das halbe Kartendeck, also habe ich mich echt veräppelt gefühlt, der Schwede, soll ich einfach nicht das ganze Kartendeck hier hinlegen. Aber wir gucken rein, ne. Und wir fangen an mit, wie stehen denn eure Gegenüber gerade zu euch? Ich muss noch mal das Tablet ausmachen, das stört mich mit ihrem Bling-Bling von der Seite. So, jetzt bin ich bei euch. Also, wie stehen die Gegenüber zu euch? Hier, da haben wir schon den rückläufigen Merkur. Und mit dem rückläufigen Merkur, da habt ihr ja auch ein extra Orakel zu, ne, auch in der Infobox, ne. Da erinnern sie sich, ich kann es tatsächlich zunehmen, ne, wer du bist. Hier, an die Gefühle, an die heilsame Zeit, ne. An das Kraftvolle, Liebevolle, an die Wärme, die sie gespürt haben, rückläufiger Merkur. Daher holt die Gefühle wieder ins Bewusstsein. Ja. Die Erinnerungen sind einfach ganz stark. Ja, genau. Dass ihr auch kindisch und albern miteinander wart, ja. Also, sie erinnern sich, und das habe ich ja auch gerade schon gesagt, ne, an die heilsamen Gefühle, ja. Also scheinen sie gerade in einem Loch zu sein, ja. Vielleicht aufgrund der Trennung, wir hatten im letzten Mondorakel aufgrund des Rückzuges von der Wolllust. Vielleicht, vielleicht aufgrund eines Drittpartners, ja, mit dem, der halt einfach anders ist als ihr, ja. Aber sie erinnern sich, ne, an die Leichtigkeit. An das Liebevolle. Das ist schön. Ja, das fühlt sich auch richtig gut an. Ja, genau, hier an das, also an das Paradies. Wie im Paradies wird mir hier gegeben, dass sie im Paradies mit euch waren. Und jetzt stehen sie aber vor dieser Tür zum Garten, ne. Es werden Erinnerungen geweckt, die neue Chancen, neue Möglichkeiten eröffnen, ja. Es ist wie eine energetische Tür, ne, die aufgemacht wird durch die Energie des rückläufigen Merkurs. Die Erinnerungen an die heilsamen und tiefen Gefühle, an das spielerische Verspielte, werden geweckt. Aber hier guckt mal, sieht man auch, ne, wie ein Hase, ne, stehen sie vor dieser Tür. Garten Eden. Ja, die Erinnerungen ziehen quasi da rein, nach diesem Strohhalm, nach diesen Möglichkeiten zu greifen. Aber sie sind noch scheu, ne. Hoppel ich da durch? Oder ziehe ich mich zurück in meinen Bau? Ja, Selbstbewusstsein, ne, ne, neun der Münzen. Selbstbewusstsein. Sie müssen sich das jetzt trauen. Genau. Aber wir sind im Neumond, ne, vom Neumond bis Vollmond. Wächst etwas und was wächst? Hier das Herzensbewusstsein, ne. Nimmt zu. Ja, warum müssen sie sich das trauen? Weil sie, wenn sie durch die Tür hüpfen, die sich für sie momentan durch den rückläufigen Merkur anfühlt wie das Paradies, weil die ganzen tiefen, fest verwurzelten Gefühle wieder hochkommen. Wissen sie, dass sie ihr altes Sein, hier, die Lernaufgaben, ne, die ihr die letzten Wochen angegangen seid, dass sie ihr altes Sein hinter sich lassen müssen, ne. Etwas altes Loslassen, den Mut und das Selbstbewusstsein dafür haben, nach dieser Möglichkeit zu greifen und durch dieses Tor zu gehen. Und sich darauf zu fokussieren, den Gewinn daran, neuen Münzen, den Gewinn daran zu sehen, ne. Weil das sind ja immer die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Wir können uns auf den Verlust konzentrieren. Deswegen ist hier der Wunsch an euch auch so groß. Weil es ist eine Übertragung, ne. Wir können uns auf den Verlust fokussieren. Oder auf das, was dadurch aufblühen und wachsen kann im Leben, ne. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Immer, wenn wir vor Entscheidungen stehen, ne. Wir können uns auf die negativen Aspekte, wie Ängste, was lasse ich hinter mir, welche Veränderungen stehen bevor, etc. fokussieren. Oder wir können uns auf das Positive, nämlich die Wunscherfüllung, fokussieren. Und da wir eine energetische Übertragung haben, ist die Bitter an euch auch so wichtig. Aber die gucken wir uns zum Schluss an, ne, würde ich sagen. Ja, genau. Damit schließen wir ab. Was wird in dieser Mondphase, ja, solange wir im Fisch im Mond sind, denn der nächste Schritt sein? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ne, weil sie beschnuppern, ja, ne. Hier wird noch nicht durchgerannt. Aber ich kann euch sagen, das fühlt sich nur positiv an, ja. Also die ganzen Erinnerungen, die da rückläufige Merkur da bei ihnen hochspült, sind wirklich positiv. Wie das Bild, was ich euch gerade von der, von Venus, ne, als Abendstern gezeigt habe. Also, aus dem Durchdornröschenschlaf erwacht, ne, wachgeküsst. Das habe ich im, im, Venus im Stierorakel auch gesagt, genau. Also, der nächste Schritt, die göttliche Ordnung wird hergestellt. Alles ist so, wie es sein muss. Genau. Ihr seid eure Lernaufgaben angegangen. Wir haben euch doch immer gesagt. Das steht doch in eurem Plan. Akasha fällt, ne, vom letzten Wochenorakel. Die göttliche Ordnung, ne, wird wieder hergestellt. Der Seelenpartner, der Seelengefährte zieht nach. Alles ist so, wie es sein muss. Entspann dich, wird mir gegeben. Entspann dich. Alles läuft nach Plan. Ja. Alles gut. Okay. Also, der nächste Schritt war ja hier die Frage. Der nächste Schritt während dieser, während dem Fischemond wird sein. Ja, es läuft alles nach Plan. Ja. Und jetzt geht es darum, hier, Garten, Garten Eden, wurde mir auch hier genannt, Garten Eden, Paradies. Jetzt geht es darum, dass sie mit dem rückläufigen Merkur, mit den Gefühlen, die da hochgespült werden, ja, diese auch für ihre Heilung nutzen. Ja, also sprich, und das ist ja, glaube ich, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, ne, dieses Unterscheidungsvermögen, ja. Und das ist das, was ihr die ganze Zeit gelernt habt, ne, unterscheide. Wo fühle ich mich wohl, was tut mir gut, und wo fühle ich mich nicht wohl, was tut mir nicht gut. Da. Und das ist die Feststellung, die Unterscheidung während dieses Fischemondes, ne. Ja, und das ist auch der Plan, genau. Du brauchtest diesen Vergleich, um den Wert schätzen zu lernen. Wow. Genau, und jetzt, mit dem rückläufigen Merkur, sind beide Ebenen präsent, ja, und jetzt, hebe auf, ja, was, huch, ja, genau, lass los, hier, da putzelt mir direkt dazu die Karte raus, lass los. Ist es, ne, zieht, ja, wie bei euch, ne. Und jetzt, ja, unterscheide, ja, was ist eine freundliche Umgebung, was ist dein Paradies, ja, und dann umgebe dich mit dieser Liebe, die das für dich bereithält. Und, äh, verabschiede dich von allem, was dir nicht gut tut, ne, so wie es bei euch die ganze Zeit Lernaufgabe war. Nimm deine Gottesgeschenke an. Geh durch diese Tür. Nimm deine Gottesgeschenke an. Genau, das ist eine gesunde Lebensweise. Merkst du gar nicht, was dir gut tut und was dir nicht gut tut auf dieser Reise? Das ist ja ein Knaller, ne? Gut, also kann ich euch sagen, ähm, der nächste Schritt wird sein, fühlt ihr euch hoffen? Ach hier, Wunscherfüllung. Wunscherfüllung. Sie träumen sich mit dem rückläufigen Merkur zurück. Ich will die Energien, die mich jetzt umgeben, nicht. Knaller. Okay. Was blockiert denn noch? Wird mir direkt wieder ISIS genannt. Wie wir es hier halt schon gesagt haben, ne? Ja, dann da aber auch durchzugehen, ne? Das, was ich schon gesagt habe, dieses, worauf fokussiere ich mich, ne? Auf meine Wunscherfüllung? Oder darauf, dass, ähm, keine Ahnung, ich dann einen Ortswechsel hab, ähm, meine Mutter gegen mich ist, oder ich Alimente zahlen darf, keine Ahnung, was dann da so ansteht, ne? Das wird wahrscheinlich die, die Entscheidung, ne? Die Entscheidung, fällen zu müssen und sich dann zu bewegen, ne? Das wird wahrscheinlich das, ja hier, du bist frei. Was blockiert noch? Das mangelnde Bewusstsein für die Tatsache, du bist frei. Du bist frei in deiner Wahl. Der rückläufige Merkur macht dir das Geschenk des Unterscheidungsvermögens. Und jetzt verstehe, du bist frei in deiner Wahl. Und das haben sie noch nicht so ganz begriffen, ne? Dass sie frei sind, ne? Dass sie hier vor dieser, vor dieser Tür sitzen und sie eigentlich kein Mensch davon abhält, durch diese Tür zu gehen. Dass alles, was sie begrenzt, ne Illusion ist. Ne Illusion, die einfach nur Macht und Kraft dadurch bekommt, dass man seine Energien darauf lenkt. Ja. Ja, da haben wir sie auch schon, die Achtermünzen. Harte Arbeit. Es kommt ihnen wie harte Arbeit vor. Warum kommt es ihnen wie harte Arbeit vor? Ja, weil man sich irgendwas Bestimmtes aufgebaut hat und das dann, ist es, ne? Loslassen muss, ne? Hier. Verabschieden. Verabschieden muss. Das kommt ihnen gerade noch zu anstrengend vor. Ja, aber der rückläufige Merkur ist ja auch noch zwei Wochen, ne? Nicht ganz zwei Wochen. Gerade kommt es ihnen noch sehr anstrengend. Das hat was mit Arbeit zu tun. Sehr doof, ne? Ja. Ja, das also, ja, okay. Ich bin blockiert, weil ich bin frei, aber das hat echt was mit Arbeit zu tun. Was hat mit Arbeit zu tun? Sechs der Schwerter. Ah, okay. Guckt mal. In ruhigere Gewässer aufzubrechen, denn ich habe diese Situation im Streit verlassen, ja? Und die Situation jetzt auf eine andere Ebene zu bringen, hier, deswegen ist die Bitte an euch auch so groß, die Situation jetzt auf eine andere, hier, auf eine andere Ebene zu bringen, löst Hemmungen in mir aus. Denn es gab einen Streit und die Schwingung jetzt zu erhöhen, auf eine höhere Ebene bringen, ja, auf, oh, hier, guckt mal, da zeige ich euch auch mal die Rückkarten, äh, die Unterseiten vom Deck, hier, Herzheilung und Mitgefühl. Die Situation jetzt auf eine höhere Ebene zu bringen, die Situation jetzt auf eine höhere Ebene zu bringen, in ruhigere Gewässer, ja, diesen Streit hinter mir zu lassen und in ruhigere Gewässer zu fahren, eine höhere Ebene zu erreichen, das kommt mir anstrengend vor. Und ich habe Hemmungen deswegen. Aber das habe ich euch, wer den rückläufigen Merkur hat, ne, ist in der Infobox, habe ich euch ja im rückläufigen Merkur gesagt, ne, dass es eine ungesunde Situation nicht bedeutet, mit Miedröscher über den anderen zu fahren, ne. Ja, das sind Hemmungen, ne. Also sprich, eigentlich haben wir jetzt die Situation, die Gefühle sind ganz klar, die Gefühle sind ganz klar. Und das ist ja auch hier angezeigt, ne, mit dem, wie stehen eure gegenüber zu euch? Da, das Paradies, ne. Ich erinnere mich daran an das liebevolle, spielerische, leichte, gefühlsemotional starke, ja. Aber ich habe Hemmungen. Das ist das, was blockiert. Nicht mehr das mangelnde Bewusstsein dafür, die mangelnden Gefühle, ja. Oder überhaupt, ein Mangel ist es immer noch, ne. Und auch den hatten wir hier angezeigt, ne. Warum? Mit neun der Münzen, ja. Weil der Mut, das Selbstbewusstsein fehlt, ne. Eigentlich weiß ich jetzt alles ganz klar, ja. Aber dafür muss ich etwas loslassen, mich verabschieden, hier umziehen, ne. In eine neue Situation. Und davor habe ich noch Hemmungen. Wegen der Streitenergien, ja. Wer, mit den Unterseiten, schon angezeigt, ne. Heilung durch Mitgefühl. Okay. Dann gucken wir uns mal die Bitte an euch an. Die Bitte an euch. Grüße aus dem Himmel. Also, die Bitte an euch. Von Spirit erst mal, ne. Oh. Das ist mir so knaller, da fällt mir schon wieder alles aus der Hand. Von Spirit. Hier, schönen Gruß aus dem Himmel, ne. Ich habe euch gesagt, alles läuft nach Plan. Alles Rotscha-Pups okay an Bord. So, und jetzt. Ja, lass alle Sorgen los, ne. Erzeilung. Das musste sein. Wieso, weshalb, warum, habe ich euch auch schon erklärt, ne. Zeige Mitgefühl. Führ die Lernaufgabe, ne. Grüße aus dem Himmel. Das ist die Bitte an dich. Ja. Fühle, dass du mit dieser Erfüllung gesegnet bist. Ja. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Ich muss noch mal eine Katze reinlassen. Komm her, Sweetie. Ja. Lass deine Sorgen los. Mach dir keinen Kopf. Das ist eine liebevolle Segnung, ja. Nicht mit dem, hier, rückläufiger Merkur, ne. Nicht mit dem Mähdröscher drüberfahren. Ja, das ist ja geil. Nicht mit dem, ja hier. Zeige Empfindsamkeit und spirituelles Verständnis. Für was? Da. Für den Wachstum der Seele durch die Lernaufgaben. Breite deine Flügel aus. Das Timing ist perfekt. Das bedeutet auch wieder, deine Flügel auszubreiten, ne. Hier, Tor. Den vollkommenen Ton zu treffen, ne. Deine Flügel auszubreiten bedeutet, dreh dich von Wiederholungen weg. Das ist keine Option. Das war die Lernaufgabe. Das Timing ist perfekt, ja, zu fliegen, nicht einzustecken. Da, hol dir deine Kräfte zurück. Darum geht das nicht, ne. Es geht nicht darum, euch wieder benutzen, ausnutzen, keine Ahnung was zu lassen. Aber eben halt auch das spirituelle Verständnis zu haben, ne. Und eben nicht mit dem Mähdröscher drüber zu fahren. Ja, hier, genau. Lehren und Lernen. Du hast es gelernt und du lehrst es jetzt. Und damit kann dein Zwilling lernen. Und das bringt dann den Sieg. Und dabei bist du beschützt. Kümmere dich um deine beruflichen Veränderungen dabei. Das ist auch schon wieder so geil. Ja, das machen tatsächlich gerade alle, ne. Alle konzentrieren, also so was, was ich so in meiner WhatsApp-Familie habe, ja, oder auch in meinem Umfeld, ne. Die haben tatsächlich ihre Aufmerksamkeit da rausgezogen, ne. Und sich um ihre eigene Berufung gekümmert, ne. Sind dem eigenen Ruf der Seele, letztes Wochen-Orakel, Akasha-Chronik gefolgt, ne. Oh, wow. Oh, guckt, ja, hier, schaut mal. Warum sollst du dich um deine eigene berufliche Veränderung kümmern, damit du in den nächsten zwei Wochen, ne, während des Fischemondes, Energieübertragung, ja, keine Ungeduld, kein Druck, ne, überträgst. Ja, das ist ja geil. Ja, okay. Ja, und es geht halt nicht mehr, ne, hier. Venus im Stirn, ne, dreh dich von Wiederholungen weg. Es geht nicht mehr darum, eine leidenschaftliche Affäre aufzubauen. Das bedeutet nicht Herzheilung und Mitgefühl, ja. Also, es ist keine leidenschaftliche Affäre und es ist auch keine Zeit mehr für leere Worte, ja. Da. Von dem wiederholenden Kreis dreht ihr euch weg. Es ist keine Zeit mehr für leere Worte. Taten sagen mehr als Worte. Der Tatendrang, ne. Wenn du bereit bist, entsprechend zu handeln, ne, da durchzugehen. Oh, und wieder der, hier, wieder der Erfolg. Da. Sieg, Sieg. Bleibe optimistisch und gelassen. Die nächsten zwei Wochen, da gucken wir wahrscheinlich nochmal drauf. Und hier ist auch die Rose. Die Venus, ne. Aufblühen. Frühlingsanfang. Die Venus, die Rose haben wir im Venus im Stirn-Orakel auch zweimal. Auch in zwei anderen Decks. Ja. Aufblühen. Gemeinsames Aufblühen. Oh. Ja. Dazu brauche ich jetzt, glaube ich, nichts mehr zu sagen, ne. Okay. Damit verabschiede ich mich. Knaller. Provoller. Gut. Und hier. Nach der Heilung kommt übrigens auch Versöhnung. Die Hand reichen, ne. Mitgefühl. Aber nicht, indem ihr euch unterwerft. Unterwerft, abhängig macht, in irgendein Mangel geht. Whatever, ne. Ne. Das ist nicht der Plan. Aber auch nicht mit dem Mähdrescher drüberfahren. Okay. Drum. So. Ja. Damit entlasse ich euch jetzt. Tiefer gehende Entfaltung. Da habe ich euch genannt, ne. Mit den Zusatzorakeln. Rückläufiger Merkur. Venus im Stier. Habt ihr alles in der Infobox. Wenn ihr die Legung auf eure persönliche Situation bekommen möchtet, ne. Ist ein bisschen chaotisch hier jetzt. Aber es war. Wie steht euer Gegenüber zu euch? Was wünscht euer Gegenüber sich von euch? Warum ist da noch eine Blockade? Oder was ist da noch blockiert? Ne. Was ist der nächste Schritt? Und was wünscht er sich von euch, ne. Stelle ich euch auch einen entsprechenden Link unten rein, ja. Und ansonsten hört ihr heute, denke ich mal, nochmal von mir mit einem Wochenorakel. Denn wir haben ja schließlich auch noch allgemeine Energien. Okay. Na dann. So am. 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 So am.